So meine Freunde, hier ist euer Swagas Team. Und zwar heute sagen wir ein paar Runden um Rocket Leads, da hat das wieder ein Event gehabt. Für dieses eigene, zeig euch mal die Items. Süß und saures gibt es als limitierter Aufkleber. Für den Bright Out gibt es ein Geistergewand. Für den Mantis gibt es Flutter. Dann lecker Maul mit einem Dachaufsetzer. Dann gibt es Geistergesichte, das ist ein kleines Beeper macht. Mal Verbus gefällt mir, dieser Hauen mit Holz, also Night Terror gefällt mir. Oder das hier, Aranopropia. Als nächstes gefällt mir die Dämonenzeiben, die gefällt mir. Als nächstes Zerstörungsteufel, das ist ein Spieltitel. Dann Hounded Rose, das ist ein Dachaufsetzer. Und dann noch ein goldener Poop-Cain. Die Kiste ist selten. Für uns und sonst ist das Spiel und ich würde mir erstmal die Reifen hier holen. Wenn ich überhaupt noch so viele Punkte kriege. Das Event geht nur noch 16 Tage und 13 Stunden und paar Minuten. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Nicht genug gelabert und wir zeigen erstmal ein paar Online Matches rein. Die Kiste ist weg. Ja, das ist wieder in der Kiste. Ich muss noch ein paar Zeit machen. Wenn ich die Kiste reingebieren kann. Ich bin jetzt hier in der Kiste. Ich bin jetzt hier drin. Geist. Ja, ich bin jetzt. Ich bin ein Tier. Ich bin ein Tier. Gut, ich brauche jetzt mal Boost. WTF ey? Gut. 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 Nein. Das war ein paar zu. Das war ein paar Jahre. Maxima geht es nur acht oder so Minuten je nachdem wie gut man ist nein ja 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 vielleicht kann man ja die nächste Rundeja gewinnen man kann das gleich auch schnell wenden ja 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 nein Untertitelung des ZDF, 2020 Ab in die Halbzeit, würde ich sterben, oder auch mehr, Kratzu! Ach, Penticons! Level 30 bin ich schon lange gewesen. Ich wollte mal gucken... Mein Pin geht... Nächstes Spiel! ...kirchen... 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 Ah, endlich. Nein. Danke. Ich konnte ein paar mal befreien. Ich konnte ein paar mal befreien. mach doch mal ein Tor das sieht das letzte aus für uns das sieht aus so das lässt die mit mir Ja. Ja. Nein. Also einmal gewonnen und einmal verloren. Was hat der denn für eine Leitung? Naja, es war interessant wieder das mal für euch aufzunehmen. Wenn es euch das viel zu gefallen hat, könnt ihr euch gerne kommentieren. Und bis zum nächsten Video von Rocket Leads.